In den Energiesparshops der 14 EVM-Kundenzentren erhalten EVM-Kunden zum Vorteilspreis viele nützliche Artikel, um den Energieverbrauch im Alltag zu reduzieren. Auch in diesem Jahr laden die Uferlichter wieder zum Bummeln in den Kurpark von Bad Neuenahr ein. An den Adventswochenenden und zwischen den Jahren können Besucher das Ahr-Ufer und den Park in einem außergewöhnlichen Ambiente erleben. Licht, Kunst und florale Kreationen des Meisterfloristen Gregor Lerch sind für das unverwechselbare Flair verantwortlich. Neben zahlreichen Ständen und einem Jahrmarkt der Genüsse bieten heimische Winzer Glühwein und Punsch zum Aufwärmen an. Nicht nur für Kunstliebhaber stellt der Skulpturenweg eine weitere Augenweide dar. Die Skulpturen der Künstler setzen entlang der Wege im Kurpark besondere Akzente und erstrahlen vor allem im Lichterschein in besonderem Glanz. Für die Kinder steht neben Stockbrotbacken auch die Suche nach dem Nikolaus auf dem Programm. Mit Taschenlampen machen sich die Kleinen auf die Suche nach den goldfarbenen Nüssen, die den Weg zum Heiligen Mann leiten. Der Nikolaus wartet derweil auf die Kinder ganz versteckt unter einer Tanne mitten im Kurpark. Informationen zum Programm an den Öffnungstagen erhalten Sie im Internet unter uferlichter.de In den Energiesparshops der 14 EVM-Kundenzentren erhalten EVM-Kunden zum Vorteilspreis viele nützliche Artikel, um den Energieverbrauch im Alltag zu reduzieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017